Dear Mr. Ouija, I want to know my future Bulla die, a murder, a bloody murder Come, come again, murder, murder, mo 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 murder Den Wo ist er? Genau bei mir Wie bei dir? Ich kann da nicht hingucken, oder? Doch man, er ist genau vor mir Bei dem, ich guck jetzt zu diesen Holzstapeln, ich seh die Holzstapel Nein, Mann Er guckt genau aufs Tech-Building Er guckt aufs Tech-Building und ist Geh weg, geh weg, er schießt auf dich Gleich ist er tot, ich bin genau 10 Meter Ja, ich lenke ihn ab Guck mal, komm mal raus, guck mal Ja, ich seh dich Richtung Scheune Ich seh dich Genau hier war er Hier am Heubahn Da ist ein Laster Feier Scheune Huck dich hin, hauck dich hin Ja, er fährt Hast du gesehen? Ja, er fährt Ich schieße, bevor er losfährt Ich schieße, bevor er losfährt Würde ich auch gerne Komm, hör dir Hast einen hin Ich habe mich jetzt zusammengehalten Zombies Ich geh mal gucken Okay, ich kümmere mich um die Zombies Ja, sieht tot aus. Das ist jetzt mein Sniper. Er hat auch Winchester. Weg, weg. Auf uns, von hinten, von hinten. Weg, 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 zickzack, weg, 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 in die Richtung. Nein, schon getroffen. Rennen, 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 rennen. Gut ist die. Nein. Komm, 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 weiter, weiter, weiter. Komm, 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 komm. Weiter, 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 weiter. Hinten von der Farm, von den ganzen Hehlbeinen. Ja. Das war einer von euch hier? Ich bin in einem Haus drin. Lauft ihr nicht rum? Ich nicht. Nee. Wir sind auf dem Haus. Wir sind zwei, Mann. Bei, 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 bei der Feuerwehr. Der Feuerwehr. Mit der Axt ist eine und eine andere mit der Pistole. Wo seid ihr denn, Mann? Ja, ich bin hinter der Feuerwehr. Weiter weg am Pianohaus. Was los mit dem? Hab ich doch gesagt. Wo sind die genau? Ja, genau neben mir, Mann. Ja, wo? Guck mal, er redet nicht. Ich komme jetzt zum Pianohaus. Ich bin deine Hauptstraße. Mit dir? Beide sind hinter mir. Und wollen mich axten oder wo. LOL. LOL. What's up, my friends? Hm? My friends. What's up? Ah, Zombie. What? Nein, er hat mich getroffen. Ja. Ey. Wie viel brauchen die denn? Wie viel brauchen die denn? Wie viel brauchen die denn, Alter? Wie viel brauchen die denn, Alter? Schieß darauf, reden. Warum schieß die denn? Ah! Hab ich genug? Ich hab genug geschossen, Dicke. Was, was, was. Hm? Was, wie viel, warst du? Was, wie viel, warst du? Was? Nein, er hat mich getroffen. Was, was? Was, was? Was, 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 was. Was ist das? Ja, warte, ich geh nach mir mit dem Zeltflut. Ich weiß nicht, ich mach was. Oh, ich hab noch was gefunden. Mach mir Munition für die AKP. Wer ist das? Wo? Keine Ahnung, ich bin mit dem Zelt. Ich bin mit dem Zelt. Hier ist einer. Oh, okay. Ach, er hat einen weißen Ring? Ja. Komm zu mir. Achstin, motherfucker, you're dead, man. Ich hab ihn getroffen, ich hab ihn getroffen. Aber ich blüte. Er ist noch mal getroffen. Ich hab ihn getroffen. Er hat ihn nicht getroffen. Oh, geblüte. Er ist irgendwie zu zählen, alter. Ja, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Jaubern. Anschnei. Da hinten. Oh, er hat uns oben schon wieder arm. Mann ey. Komm genau bei mir lang. Hab geschossen. Habs getroffen. Irgendeiner ist tot. Ist tot, so wie es ausschaut. Ist ein Bambi. Ich geh auch mal wieder zurück. Da, da rennt er, da rennt er, da rennt er. Beim Hexenhaus? Oder wo? Äh, noch nicht, noch nicht. Jetzt, jetzt beim Hexenhaus. Hinter dem Hexenhaus. Er kommt hinterher. Da war ich doch gerade. Ja, da, ja, aber er kommt, jetzt ist er, jetzt ist er hinter dem Hexenhaus. Jetzt ist er auf der Straße. Das ist Flo, oder nicht? Nein, 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 nein. Da kommt einer hinter mir her. Mit der Maske, ne? Nein, er hat ein rotes Armband. Ist egal, er schießt drauf. Ich bin's nicht. Jetzt habe ich auf ihn geschossen, aber er ist weitergelaufen. Ja, ja. Er weiß ja, dass einer auf ihn geschossen hat. Hören wir mal zu Flo. Geh in ein Haus rein. Warte, leist du da oben im Wald? Nein, 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 nein. Da in dem Wald, wo wir vorhin mal herkamen. Da an dem Strohhaufen. Da läuft einer. Ich weiß nicht, ob das ein Bambi ist oder sonst. Wir haben sowas bewegend sehen. Da, Leute, jetzt an der Tankstelle. Tankstelle, Tankstelle. Er hat irgendwas auf der Rückseite. So ein Tier am Backpack. Bote abenden. Ist das der? Vor der Villa. Nein, das ist eine Frau mit bunten Sachen. Ein anderer auch noch. Blutet. Ich hab's getroffen. Ich hab's getroffen. Sie blutet. Hinter der Villa. Finne ich ihn. Hat keine Waffe. Hat aber Weste und so. Ja, aber da muss ja hier noch irgendwo der andere Typ sein. Ja, der ist jetzt vor der Villa. Der müsste jetzt vor der Villa sein oder in die Villa rein gegangen. Das war's. Also, das war's. 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 Ohhhh. Wauuuuhh. Der würde uns weggebombt, Alter. Der fährt durch die Kuh, Alter. Der wiegt eine Tonne, Alter. Der hätte uns weggefickt. Brauch mich nicht, oder? Bis zum nächsten Mal. 2 bis 17 ist medium bei mir steht er low 2 bis 18 ist medium Motherfucker! 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 Ja, ja, ja. Da rennt einer von der Polizei vor der Roten Villa zur Schule, zwischen Villa und Schule, dahinter der Villa war er. Da müssen wir gleich bei uns sein. Der ist in der Villa, der ist in der Villa, der ist in der Villa. Ich habe auf ihn geschossen. Er ist in der Villa, geht rein, ich halte ihn im Schacht, geht zu Villa, geht zu Villa. Wo ist die Villa? Dann müssen wir durch die Schusslinie laufen, hier läuft am Roten Haus so vorbei, hier ran vorbei. Ja, rennt an der Schule vorbei. Hier ran vorbei. Ich bin an der Schule. Jetzt bist du in der Schusslinie vom Roten Haus. Hier ist man voll das Roten Haus. So, und jetzt hier das Rote Haus. Da drin. Ja, in der Villa drinne ist er. Hallo. Lass dich da nicht einfach abknallen, dann geh mal weg. Ich bin eh, ich habe eine Waffe. Ja, aber ohne Waffe muss ich jetzt auch nicht sterben. Ich denke, würde ich sagen. Finde ich. Du siehst doch, wenn er rüber geht, oder nicht? Ja, ich gehe mal Waffe suchen. Ich glaube, bei mir ist einer drinne. Ich gehe gucken. Also, er ist nicht an der... Jetzt rennt einer oben. Jetzt rennt er oben. Ja, ja, ich habe ihn gesehen. Ja, ja. Aber ich muss mein Scout mal hier auf dem Boden nehmen. Er kommt runter. Er kommt runter. Er kommt runter. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn einmal getroffen. Ich habe ihn auch erwischt, aber... Ich habe keinen Schuss mehr. Einer rennt weg. Einer rennt von der Villa weg. Ich habe keinen Schuss mehr. Der ist wieder reingerannt. Der ist wieder reingerannt. Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen. Bist du drinne? Er ist tot, ne? Er ist tot. Ich habe ihn gekillt. Auch eben war der auf dem Office. Also, linker Auslieger. Nicht ganz oben drauf, sondern wenn du vorstehst, links oben drauf. Ah, da ist er. Da ist er. Ich sehe ihn. Er hat auch eine Sporte. Echt, ja? Er ist ganz in der Ecke. Kann einer mal ihn gegen ihn und finishen? Kann einer mal finishen? Ich glaube, der eine hat eine Winnie, der mich umgebracht hat mit Headshot. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Junge, die AK hat dich geschossen. Lass mich mal, lass mich mal. Alter, ich hätte ihn holen können. Jetzt ist er weggerannt. Verdammt. Er ist weggerannt. Jetzt rennt einer zur Schule rein. Vorne. Ja, egal. Das ist der irgendwie. Der hat mich umgebracht. Wer schießt? Ich habe Testschutz. Testschutz. Ich musste... Irgendwie ging die AK nicht. Welche? Deine? Deine, Alter. Du musst dann immer R drücken, ne? Damit die Scheiß... Ja, ich habe einfach empty gemacht. Geht auch weg. Oh, ich habe dich geschossen. Ja. Puh. Ich mach mal alles in die Kleider rein. Alle Pistolen und so. Hab ihn. Habt ihr gehört? Ja, ich bin auch gleich da. Er ist tot, glaube ich. Ja, er blut. Aber sein Army ist da immer noch, ne? Er ist tot. Ja, der Typ blutet nicht mehr. Nehme mal die Pistole, ne? Ja, dann ist er... Äh, warum kann er den nicht in die Hand nehmen? Doch, der blutet. Doch, bei mir kommt noch Blut raus. Ah, aber ordentlich, Alter. Verdammter Buck. Ah, ja doch. Da hinten rennt einer zur Villa. Gerade, wo du weggegangen bist, ist einer hinten an der Villa gelaufen. Er könnte jetzt rechts an der Villa vorne rauskommen. Ja, ich... Feulte ich schon mal? Ja, da ist einer. Was ist bei euch? Villa? Ein getroffen? Eine Olle. Ah, ich höre schießen. Oh, jetzt echt. Sie sollen nur nicht lupen gehen, die Mütte. Ah, kommt auch keiner. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ah, ja, ist okay. Ey, weil ich die die ganze Zeit da liegen hatte. Und wo sind... Ey, der Leiche ist grad verschwunden, die lag auf dem Vort. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wer schießt hier? Der hat er mit rausgenommen, den Rucksack. Wie mit rausgenommen? Ey, der wollte... Ja, genau, ich wollte doch damit erschossen, Mann. Holerei. Der wollte damit Äpfel sammeln, um dich zu fäden. Ach so, du bist damit gestorben. Genau. Und wo ist die restliche Munition? Ja, kam. Testen wir beide. Schussgans sind. Also, wir halten noch mal fest. Hier ist einer bei mir. Ja. Leute, glaubt ihr hinter mir her? Nein, nein, nein. Ich schieß auf den, der hinter dir herläuft. Geh zu der Leiche, geh zu der Leiche. Ich schieß auf ihn. Ja, nimm, nimm, nimm. Warte, erst mal in Deckung gehen. Also, nochmal für alle. Er hat die Blaze. Er hat die Blaze. Ich wusste es. Und er hat eine UMP mit Mac. Mac, ich brauch das Mac sofort. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Alter? Ja. Pass auf hier. Schieß auf ihn, wenn er kommt. Passt von der Bullerei auf, ne? Oh man, diese Traps hier facken ab. 3,7, ich musste eine P1-Piste liegen lassen, aber ich bin im Kopf. Ist egal, ich brauch das Mac für die UMP. Das sicherlich sofort. Wer ist auf der Polizei? Wer ist in der Bullerei? Nimmer, ich nicht. Hab einen getroffen, zweimal, dreimal, in der Bullerei. Wo ist der? Wer ist das hier unten? Ich, 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 ich. Oh mein Gott. Tischbullerei, Schule, Schule. Er ist in die Schule rein, ganz oben. Lass mich durch. Da rennt einer unten. Nimm mal einen Pe... Nimmer, egal, 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 egal. Und? Ja ich glaube er kommt hoch. Moment. Janik nimm mal kurz deine Waffe runter und mach mal so ein Ding weg. Ja der kommt hier. Das bin ich. Ich wollte nur testen. Ich wollte nur testen. Ich will durch. Ich will durch. Ja jetzt kommt er hoch. Jetzt kommt er hoch. Schieß was das Zeug gibt. Tot. Ja ich habe ihn weggesprayt. Sauber. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Zombie. Zombie hochlaufen. Ich habe einen so ein Ding wegwechseln. Warum Server weggeseln? Weil hier tot. Wir haben alle. Ist das nicht private server gewesen? Nein. Ich dachte wir haben private gespielt. Mein Herz gerade. Ich dachte gerade er kommt da rein. Alter wer hat da so coole Mütze. Ja das ist public. Geile Mütze. Ey lass meine Mütze nur. Alter kriege ich die. Ja Tasche. Tasche gegen Helden. Klar. Ey. Okay. Wenn du sie nicht willst. Hätt sie gerne. Ey. Ich habe das Fenster im Blick. Ich renne her. Ey. Nicht kommen. Wenn du kommst dann schießt jetzt gleich der Mütze Mosin. Der guckt jetzt schon so am Fenster. Piekt da einer? Ja er piekt am Fenster aber er muss erst die Waffe heben und schießen. Wie am Fenster? Ja er piekt an der Treppe genau. Er piekt an der Treppe meine ich. Achso. Jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Er muss erst die Waffe heben und schießen. Amen. Wir reden. Jetzt. Oh oh oh. Oh hab ihn gittet? Hab einmal geschossen so in die Luft. Ich sehe keinen am Fenster. Ich komme. Ich komme. Keine Angst. Ich bin nicht. Ich bin unten drin. Ich bin unten drin. Nicht auf mich schießen. Einer habe ich zweimal gittet. Ich bin oben. Er hat die Mütze. Ich weiß nicht. Ich glaube ich habe ihn nicht getrocknet. Und in der AK. Moment. Ich piek ums Eck. Recht. Oh fuck. Meine Waffe hat gejammt. Fuck. Nein. Ich habe die Tüte gemacht. Ich war ziemlich kurz. Ja ich komme jetzt hier hin. Hey Mann. Ich habe keine Ahnung. Nein. Ah verdammt. Hat der dich? Ja aber der hat die Waffe nicht hoch genug gehoben. Der hat irgendeine krasse Waffe. Ich bin mit einem Schuss geloppt. Der hat eine AK ne. Ich bin im roten. Und guck Fenster rein. Aber die piekten null. Ja du kannst die nicht vom roten ausholen. Was redest du? Von einer Stelle kannst du sie sehen. Wenn er sich hinstellt. Von einer Stelle nicht. Das machen die nicht. Die sind im Alarm. Die Frage ist soll ich mich ganz schnell ausziehen und nur mit der Sporter rein und versuchen ihn zu holen. Zombie kommt. So ich komme jetzt als Alien. Ich habe nämlich irgendwelche komische Hautfarbe. Ja das ist der neue Style damit man einen wo weit nicht sieht bestimmt. Denke ich mal. Was hat man davon warum die Köpfe zu gewinnen. So. 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 Nowhere Actually. Ich fahr das. Ich will einfach nur zum Fehler bewegen. Dass sie irgendein Fehler macht. Bewegungen irgendwie. Wie hast du 9mm? Er ist vielleicht hinten im Raum? Unterm Bett. warte mal ich muss mal in perspektive gehen ist was ich habe einen stein hier darauf stehen jetzt der ist hinten im raum oder da war was da war was oben an der treppe war was ich habe es gesehen das sind wir an der treppe das sind wir beide ist er hinten im raum oder ich schieße auf ein wer ist das hier ist neben der treppe war einer ich habe ihn geschossen bei mir unten drin ist einer vor der tür auch einer ich habe ihn abgeknallt ich komme ich komme hoch er ist drinnen nein nein er ist unten er ist unten er ist hier unten bei uns ja ich habe nur einen stein ne ja der hat eine waffe ich habe ihn mehrmals getroffen hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab zwei gefickt gerade ich hab ihn habe ihn ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn Direkt links an der Treppe gehst du hin und dann drückst du Tab und dann siehst du dich. Ich hab hier ne SKS gesichert Leute. Schuss. Treffer hat er. Ich muss mich heilen Leute. Heil dich. Ich pass auf dich auch. Alter ist gerade hektisch man. Ja man Alter. Hier kommen so zwei Somalis angerannt und wollen euch von hinten ficken. Sind die wieder hinterm Schuppen oder? Nein da am Baum genau. Wo ich erzählte. Wer ist dann hinterm Schuppen? Keiner mehr. Der Schuppentyp ist gekommen um mich zu killen und den anderen den hab ich nicht erwischt. Ja ich seh sie gerade am Baum. Beide sind da. Aber was für ein Baum erklärt mir mal genau. Ich komm jetzt. Da sind so Container so ganz viele. So fünf Stück. So Doppelcontainer übereinander. Wo ist der Baum genau? Hinter dem. Richtung Strand. Ja die Ränder gerade hin. Die sind da auf dieser Zunge? Auf dieser Zunge? Nein nicht auf dieser Zunge. Kommt Kran einfach weiter Richtung Schiff laufen. Dann läufst du direkt auf den Baum auf zu. Oh du bist hinter mir ne? Bist du gerade an so einer Steinmauer? Ja. Ja ok pass auf ich bin genau vor dir. Siehst du mich bei diesem Rohr? Ja ja. Und dort sind noch diese fünf Container da übereinander. Da rennt einer. Da rennt einer. Da rennt einer. Wenn du kannst. Schießen ihn ab wenn du kannst. Schießen ihn ab wenn du kannst. Schießen ihn ab wenn du kannst. Oha. Hier rennt zurück so wie es aussieht. Die sind wieder bei den Containern. Das stimmt mit meiner Waffe nicht. Ja toll. Schießt. Das bin ich. Ich bin hier bei den Rohren. Bei dir. Ich habe auf die geschossen. Ey man. Scheiß Magazin ne. Da war ein kaputtes Schuss drin. Ich habe voll verkackt gerade. Egal. Ich habe kaputtes Schuss. Ich pushe bisschen vor. Ja. Der eine war auf jeden 3 Schuss getroffen. Da blutet jemand. Ich pushe noch ein bisschen vor. Du siehst mich jetzt oder? Ja 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 genau da waren die gerade eben vorher. Und jetzt sind sie nach rechts gegenüber. Ja nicht deine Mosin ist gesaved. Genau. Halt du die in Schacht. Ich flankier jetzt drastisch. Ich entfick die von hinten. Weißer. Du musst die jetzt in Schacht halten ja. Und auf dich alleine bist du jetzt. Ich flankier jetzt extrem. Ja nicht. Was? Medikit Muni. Medikit. Okay. Habs. Ich sieh. Ja ja die sind bei den Containern. Ich flankier jetzt extrem. Ich lauf auf den Schienen. Bei welchen Containern? Die sind da rechts zu den Containern. Bei dir ist doch gleich vor dir ne Lücke. Und dann kommen noch gleich neue. Ich bin jetzt hinterm Schuppen. Ich seh hier niemanden. Ja normal. Die gucken ja auch um die Ecke. Ich will gar nicht vorstoßen. Du solltest du nur in Schach halten, dass die nicht wegrennen. Ich seh die gar nicht mehr. Ich glaub die sind ab. Ja die rennen hinten an der Küste. Ich seh die. Die rennen hinten an der Küste. Welche Richtung? Welche Richtung? Na am Hafen. Wohin? Nach Svetlo. Nach Svetlo. Nach Svetlo. Nach Svetlo. Von die andere Richtung also. Die rennen weg. Warte ich brauche einen Stein. Ich brauche einen Stein. Rennen die komplett weg. Ich brauche einen Stein. Ich brauche einen Stein. Ich brauche einen Stein. Ich bin hinter so einem Container. Ich weiß nicht wo die sind. Ich bin komplett unten am Wasser. Ja könnte sein. Also die laufen nicht mehr weiter oben. Die sind irgendwie. ich hoffe du siehst mich ich renne zurück an der küste nein die sind im freien auf der küste wenn ich da so eine steinmauer ich stehe an einem container jetzt rennen die weiter komplett in die andere richtung anna toll von da komme ich ja ja ich sehe jetzt rennt einer mit der waffe rein der rennen wer ist das mit der waffe offen ich das bin ich am strand ganz unten an der steinmauer ja ich sehe es wie er zickzack läuft ich ein mann der versteckt sich hinter so einem stein muss kurz meinen atem fangen dann ist er tot ich glaube es hat geht es der ist jetzt im gebüsch drin aber noch auf ihn geschlossen glaube ich könnte tot sein jetzt auf mich habe ihn getroffen habe ihn habe ihn auf jeden fall ist der sniper bauen ich gehe mal zur leiche hin ja ich bin an der leiche nein 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 geh nicht hin ich bin da ich kenne nur erst mal ob hier noch einer im gebüsch ist oder wie ja vorne sehe ich einen ich habe glaube ich vorne eine bewegung gesehen ich bin jetzt da wo die straße und die schiene sich folgt du bist jetzt an der leiche ne ja ok ich bin hinter dir ich bin ungefähr 100 meter hinter dir ich sehe die leiche nicht ich sehe die leiche nicht ich komme zu dir oh nein nicht alle auf einen haufen einer reicht doch hier warum zwei da rennen sie hinterher stoß von hinten auf mich warte der trifft nicht kein aim warte ich sehe ich sehe ihn nicht hab ihn down ach da hinten sauber das hat bei mir rechts gepeitscht ja mann ich hab die schüsse gehört wir haben die beiden wir haben die beiden ne ja mann tortilla backpack ey 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 nochmal schüsse schüsse von wo weiß ich nicht an den schneiden an der küste ist da jemand von euch ja das bin ich ich bin unten an der küste gerade ich bin auch an so einem stein wo ist die leiche wo ist die leiche schüsse rechts der ist rechts irgendwo moment auf wen schießt der auf mich ey wo sei auf mich janik such mal du die leiche an der küste ich such ihn gerade ich such ihn auch hier bei dieser lagerhalle könnte das sein nein irgendwo am 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 im wald im wald im wald ich bin hinter der lagerhalle jetzt bist du auf mich glaub ich nein der ist nicht hä Junge ich check mich mal nicht moment er ist zau dicht bei mir der muss irgendwo bei der lagerhalle hier sein ich bin hinterm der lagerhalle und die schüsse kommt von hier irgendwo wo ist denn die leiche hier rennt denn der vormis das bin ich 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 mal kurz die vormis weg so komm mal mit hab ein alles eigentlich das da das da das da auf dem sniperberg hinter der schule sind welche die gegierte die haben waffen in der hand die laufen jawohl die laufen jetzt hinten über die offene fläche ruhig ganz kurz man können wir die sehen ja scheiß drauf ich sag nichts mehr wo die sind wenn gegner kommt mir scheißegal ne ist egal scheiß drauf ich sag nicht wo die sind ich sehe sie gerade von welchen sniperberg von der hinter der oder was ich wollte gerade sagen die laufen jetzt über die offene fläche am rand entlang sodass die nicht durch die häuser laufen sondern am rand an den häusern du meinst dort bei der police oder was dort hinten also von der anderen richtung die sind jetzt vom sniperberg nach links gelaufen hinter die villa von mir aus gesehen und jetzt müssten sie irgendwie bei diesem kleinen eckhaus da sein also denkst du die kombinieren statt verschwindet doch sowieso ja ich habe einen gesehen am kaputten bloß am marktplatz hier sind 17 durch 2 kann ich hier geben 8 schuss was marktplatz was genau am marktplatz vor meinen office building wenn ich gerade ausgucke zur firestation kommt nach links ein eckhaus ah ich sehe da hinten welche auf der wiese im wäld nimm mal die PM Rack mit ich hab keinen platz mehr ja du kannst die einfach so nehmen oder nicht guck mal du kannst die doch einfach so nehmen ich such grad die leute die ich gehört hab leute wenn ihr aus der villa guckt rechts die baumreihe die sind an der baumreihe ihr könntet diese sehen ich guck ich suche ach ne ihr könnt da nicht bei euch da ist ja noch diese kleine bunkerhäuser ich könnte den da auch sehen oder nicht ich höre sie ah ich sehe draußen im wald einen moment ah verloren scheiße äh wer rennt gerade auf einer straße rum ich nicht ich sehe da hinten auf der anderen straßenseite des waldes da ist einer da hinten die zum sniper haus geht er um schau mal vielleicht kommt der noch mal raus ich bin drin janik bist du bei mir ne ich bin gleich erst da noch nicht ah ich sehe ihn jetzt ich müsste gleich spawnen da ist einer bei euch in der nähe ja der ist in dieser hütte hinter der hütte jetzt ja ich sehe fuck fast äh gucky wo bist du jetzt im moment überhaupt im vierstöckigen ok weil dingens meinte in der nähe von dir ist jemand ja nehmen wir zwei drei häuser weiter ja ich bin bei dir ja ich bin bei dir ja ich höre schritte ja ich komm komm auch von hinten aber ich glaube er ist im nachbargebäude er ist im nachbargebäude glaube ich ja ist er auch das ist echt gleich janik gib mir rückendeck du siehst mich der ist hier drin ja da ist er gerade hoch gerannt wer ist hoch gerannt von euch ach so ich nicht er hat mich mitten im bogen gekillt ist hier offline alter ich bin genau hinter dir er dreht dich um ich bin tot mitten im bogen mitten im bogen der wird abgeknallt gerade habt ihr ihn ich hab fraktur und bleeding ich muss weglaufen was geht ey rush denn der hat nur einen scheiß bogen alter jetzt hat er gleich deine waffe er ist unconscious ja ich hab ihn auch dreimal abgeschossen er dreht sich um bist du gestorben von dem bogen kommend er hat mich einmal getroffen in den körper ich bin tot ist ja auch richtig mich hat er auch getroffen fracture on bleeding ja die bogen der bogen hat eine sehr hohe mannstoppwirkung das heißt wenn du stirbst bist du sofort tot und läufst nicht noch 5-6 schritte oder so also die mannstoppwirkung bei den pfeilen ist am krassesten was für einen pfeil hatte er denn kannst du das sehen ob es ein selbstgemachter oder ein gefungener mit eisenspitze ist das kann man alles gucken ja die haben krasse wirkungen na klar wie würd man das denn gucken du mein jannik der steht mit dem rücken zu mir gell ich dachte schon ok easy kill ich wusste auch dass der bogen hat schieß ihn dreimal in den rücken auf einmal police 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 hab ich da ja nicht im blick hab ihn hab ihn mit der pistole statt mit der ding hier ist noch eine sks mit pu-scope ne ja aber die passt da ja nicht rein ja so wieder ist schon wieder einer da hab ihn schon wieder einer polizei dachte er wäre schlau ich hör wie er sich hinlegt im wald ist wieder was da hat gerade jemand geschossen ja im wald wird geschossen richtung landesinnere bei der hüte da weiß ich nicht ich hör nur die richtung ich seh nichts jemand du hast gerade geschossen gell ja hab ihn ab so wo liegt der der liegt ja wo liegt der ja einer ist im flur zwei stück sind waffen einer ist im hausflur ich check nur wie viel meter sie sind da ist einer mit einem bambi mit einer pistole ja kann er jetzt schlecht die waffe runter werfen boi watch out run bitch run da ist noch einer mit einer Dings ja kann ihn einer klatschen und ja hast du ihn oder was nein nein seh mich ich komme ich komme ich bin das hier willst du das mit der Waffe da ja da ist einer hinter dir das ist aber abgauen geh deine sachen looten und hier warte den nein der stand direkt da du hast zu mir geguckt da kam einer hoch und hat dich abgeknallt oh also bist du auch tot ja unconscious bin ich oh was ja alles weg alter oh nein ich habe noch Müll bei mir im camp aber ich komme erstmal nachher er muss ja nicht ins camp wir haben so viel zeug hier wenn man anfangen so viel rasiert wenn man anfangen so viel rasiert alter alter ich habe die Hände ab ich habe die Hände ab ja hört ihr mich ja was ich bin am office building und kletter grad die Leiter hoch so jetzt habe ich die Pistole lass mich schnell hingucken ja ich gucke gerade ich habe auch einen Stein als Verwacht guck ob die aufstehen der ist in deiner Imagen der ist ja noch ich sehe einen oben Bambi das bin ich blauer Backpack oben ist noch einer blauer Backpack der hat gerade kurz der hat sich aufgestanden der ist aufgestanden der muss nur rauskommen der ist hier reingegangen in den Raum ja ich sehe ihn halt nicht wir sind immer noch zu zweit ich sehe nur dich einer hat sich hingelegt da sollen wir jetzt kommen ah lass ihn, lass ihn kommen er muss auch aufstehen lass ihn aufstehen hab ihn getroffen, hab ihn getroffen hab ich gesehen er ist hier schießt irgendwer ist tot ne ich nicht Zomis krank ihn ah hinter mir ich habe einen und einer einer ich bin tot und ein anderer da drin ist auch tot und jetzt ist da noch einer mit einer AKM ja ja hier kommt die schwein hier rennt einer bei mir das hast du gerade bvp oder hann ja ich habe gerade einen bei der Schule hinter der Schule oder das andere hinter der Schule das rote haus das einzelne hab ihn gesehen Bist du tot? Ich hab ja auf ihn geschossen Er ist ins Hinterzimmer gerannt Er ist ins Hinterzimmer Er aimt jetzt den Flur im Land Ja und da ist einer ins Hinterzimmer gerannt gerade Ja dann kann ich bei dir ins Haus rein Ja Wo bist du? Im vierstöckigen Da wo wir immer sind Da kannst du reinschießen ne? Ja ich hab aber keine gute Waffe zum reinschießen Ich hab nur ne Glock mit Schalldämpfer Ja jetzt rennt einer nach links In den Flur von dir aus wenn du hochkommst 2 oder was? Ja jetzt ist er links gerannt Also wenn du hochkommst die Treppe links ist einer hingerannt gerade Der steht jetzt ganz hinten an der Ecke so gesagt Wenn du... Gehst doch mal auf ihn Nee kann ich ihn nicht sehen Der Winkel ist tot Er look grad für mich zu mir wahrscheinlich Da spiel auf der Dings Police Auf der Police? Ja Und du schießt nicht Er hat das Scope, PU Scope Er wagt es nicht mehr Er erzählt es aber... Du bist raus, du bist runter Ich dachte das ist das Dings Geh zurück, geh zurück, geh zurück, geh zurück Oh du bist bei mir rausgepackt, Digga Wer ist denn hier? Ja bei mir und bei allen anderen sagst du Oh als wärst du draußen Hat jemand noch irgendwas zu essen oder so? Ja ich hab... Ich hab irgendwas aufgehoben gerade, warte Ich hab Äpfel Ja hier ist ne Dosis Spaghetti Warte lass ich mal ein bisschen durch Oh! Er ist unten Oh mein Gott Er ist unten, lass mich durch, nein nein Komm hoch, komm hoch, komm Oh mein Gott Digga, so knapp Ich hab den nicht mal gehört, ne? Komm weiter Nice try, bitch Warte ich kann ihn holen Einen hast du ganz unten Einen hast du draußen Ah Zwei Zombie kommt Er schwimmt Was? Er schwimmt Das kann doch nur das Geräusch sein Oh ne Nein ich hab ihn gesehen, er ist hochgebackt, er schwimmt No way man Wird einer geschlagen von uns? Nee Ey ohne witz Der Zombie getötet ist Are you hacking? Er kommt doch nicht Nee der ist Der kommt so mit Wenn man sich ergibt Der ist nicht am schwimmen Ja drauf schießen Egal drauf schießen Sehen ich sehen Drauf schießen Nein der ist runter Jetzt Hab deinen Fuß gesehen Dieser Bastard Oh mein Was? Ab ihn Der hat nen Shotgun Guck 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 Ja egal Ich war weg Ich blute Ja die Pumpgun kannst du nehmen Weiß ich hab noch einen Schuss Was? 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 Der wird stehen aber Was? Der steht noch Der steht noch Hey man Hey man come out Come out Come out and take your hands up Or you must die Please don't kill me Okay My friends will come In 5 seconds Come out Come out Put your hands up Put your hands up I can't hear you Okay Put your fucking weapons down And come down with your hands behind your back Or I must use violence to kill you motherfucker No I'm just kidding Er ist oben im Raum Jaaaaaa Scheiße die Lache Wie du grad gelacht hast Den hab ich doch gut aufgestürzt Hört mal zu Mindestens einer ist in dem Raum drin Ja Also Holze Lass mich rushen Ich hab nix Warte lass mich wieder Ich will ihn töten So jetzt hier Was schon mal Impesser kriegen Oh Ja okay Er ist nicht hier vorne Warte schon rein Oh doch Oh ja Ja Natürlich hat er nicht Hab ihn pittet Er ist voll Burka Und hat ne Acker Jetzt rennen rennen Ist er im Raum drinne? Nachladen Er muss nachladen Ne nicht im Raum Er stand hinterm Schrank Jetzt ist er im Raum Noch zwei Zwei Vollgegierte Die will ich ficken Geht rennen rein Schießt alles was ihr habt Rennt rein Schießt alles was ihr arbeitet Ist tot Sauber Der andere den hab ich getötet Und da ist noch ein zweiter gewesen Jaaaa Jaaaa Sind die beide drin? Jaaaa